Und damit herzlich willkommen zum KI-Kampf Vazir-Kalif gegen Nizar-Emir, gegen Philipp Scheriff-Sultan, in der jetzt eigentlich sogar schon dritten Runde mittlerweile. Also wir hatten die Hinrunde, das war mit Vanilla-KIs, mit Original-KIs. Wir hatten den Versuch einer Rückrunde mit den Mod-KIs. Viele haben es ja bestimmt schon mitbekommen, dass seit so einer Stunde, beziehungsweise einer Stunde und fast zehn Minuten an Aufnahme hochkam, wo ein kleines bisschen was schief lief, um es mal positiv auszudrücken. Also Abstürze, zwei Stück, dann der Sultan wollte sich nicht richtig aufbauen und dann war der Kalif auch noch tot die gesamte Zeit. Und wirklich die gesamte Zeit von Anfang an, das habe ich wirklich nicht mitbekommen, selbst bei der, beim vorigen, selbst wo der Sultan noch Probleme gemacht hat. Und ja, ich habe mich jetzt kurzerhand entschieden, das einfach an einem Stück hochzuladen und zu sagen, okay, das ist jetzt einfach hier herumtüftelei, herumspielerei und kein offizieller KI-Kampf und jetzt machen wir das Ganze gescheit nochmal. Ja, was hat sich geändert? Grundsätzlich spielen wir mit den gleichen Regeln, aber mit den Efrae-KIs nach wie vor. Und ich habe jetzt doch mal das Startgold wieder auf 3000 reduziert statt 7000. Viele waren der Meinung, das ist okay. Ich meine, 7000 sind schon gut begründet, weil hier die Sache mit dem Farmland ist ziemlich prekär, dass sich alle mal mit den Patrouillen rumklatschen. Aber ich habe gemerkt, mit 7000 ist das auch ziemlich problematisch immer. Und bei 3000, wir hatten die Vanilleburgen mit 3000, dann machen wir die Rückrunde jetzt auch mit 3000 auf jeden Fall. Ansonsten, ganz kurz erklärt für alle, die jetzt das 1-Stunden-Ding nicht gesehen haben, also ist jetzt nicht selbstverständlich, dass sich das jeder angeguckt hat, ich habe die Karte überarbeitet. Es sind jetzt 3 Leute unten, ich habe jetzt einfach den Platz besser ausgenutzt. Anstatt, dass jetzt 2 Leute da unten sind und 3 dort, wo weniger Platz ist, habe ich es zu einer 7-Spieler-Map gemacht und 2 sind links oben, 2 sind rechts oben, 3 sind unten. Für alle, die die Map haben wollen, sowohl original als auch meine Überarbeitung, die Links dazu findet ihr jetzt in der Videobeschreibung. Und ja, was ich sonst noch gemacht habe, ist Pech hinzuzufügen, das gab es vorher nicht als Ressource. Und eben noch zusätzlich Stein- und Eisenvorkommen unten in der Mitte, dass jetzt eben der in der Mitte auch was zu knabbern hat. Dass es jetzt auch so darauf angepasst ist, dass sie unten auch 3 Spieler ihren Spaß haben. Alles klar, dann würde ich sagen, legen wir los mit dem Spaß und alles weitere erkläre ich währenddessen. So, passt das mit dem Tempo? Ja, Wunder, Bärbel. Und der Kalib ist da. Dass mir das einfach nicht aufgefallen ist. Das Problem ist, dass der Tod irgendwie erst nach so 5-10 Sekunden kam und nicht am Anfang zu sehen war. Falls sich jemand fragt, woran der Fehler lag, ja. Ich habe halt 7 Bergfriede platziert. Und bei allen 7 war der Lord da. Und ich habe mich gefragt, warum zum Teufel ist einer tot angezeigt? Die Sache ist die, beim 8. Bergfried. Beim 8. Bergfried, der jetzt nicht mehr existiert hier, war der Lord tot. Und dementsprechend hat die 8. KI, die hinzugefügt wurde, also der Kalif, trotz dass eigentlich der 8. Bergfried hier im Editor nicht da war, ist der dann quasi als Tod angezeigt worden. Das heißt, ich musste extra diesen, also einfach nur Alt-V zu drücken, um alle Lords neu spawnen zu lassen, hat nicht gereicht. Ich musste echt hergehen und den 8. Bergfried wieder platzieren. Die Lords neu spawnen lassen und dann wieder abreißen, das Ding. Kleinigkeiten sind, das sind einfach Kleinigkeiten, aber die machen so viel aus. Und jetzt funktioniert alles. Sultan baut was, der Kalif macht. Ich habe jetzt extra vorher mich abgesichert, mehrfach, dass es jetzt auch alles funktioniert. Und jetzt haben wir eine ganze Menge... Vor Tatsachen habe ich falsches Startgold ausgewählt, aber ja, Sultan hat ja immer so viel. Und ich glaube, ja stimmt, das Startgold bestimmt, glaube ich, auch die Burgen, die gebaut werden. Von daher ist das mit dem Startgold gar nicht mal so schlecht. Also, es ist einer der Indikatoren dafür. Ja, Nisa macht mal wieder seine tolle Spirale. Der Emi baut eine kleinere Bug, wie es aussieht. Hm. Und im Übrigen, es gibt jetzt auch einen Hotfix. Es gibt einen Hotfix für das Problem mit den Abstürzen. Hier, es gab viele, die haben, wie ich schon erwähnt hatte... Oh, Philipp, mal ein bisschen ergänzt, sich mit den Lanzenträgern zu beginnen. Es gab viele, die uns das Patch-Video schon geschrieben haben, dass es Probleme mit Abstürzen gab. Ich habe es selbst gesehen, bei der letzten Aufnahme. Ich habe gleich nähere Bescheid gegeben und er hat ziemlich schnell herausgefunden, woran es lag. Es hatte, glaube ich, tatsächlich was mit den neuen KI-Angriffsroutinen zu tun, wie es aussieht. Und er hat es schnell behoben und hat einen Hotfix erstellt. Es ist jetzt quasi Version 1.06b. Das ist auch schon alles beim Download-Gear geupdatet. Für alle, die noch die normale Version haben, es gibt jetzt eine neue. Ihr könnt es downloaden und dann habt ihr das absturzfreie Erlebnis. Und trotz absturzfrei, ich bin da doch ein bisschen paranoid und speichere lieber ein bisschen häufiger. Ich möchte nicht nochmal das gleiche erleben. Ui, Philipp mit Katapult geht gerade richtig ab. Der macht gerade echt Stress und die Balliste kann sich... Oh, das tut weh. Philipp macht sich gerade echt nützlich. Aber ich möchte nicht den Spaß nochmal erleben, dass jetzt der KI-Kampf relativ vor der Entscheidung ist und das Spiel abschmiert und ich habe kein einziges Safe-Game. Das ist nicht nett. Denkt an die Kinder, Leute. Denkt an die Kinder. Meine Güte. Mich schaudert es bei so viel Kalterärzigkeit. Ah, E-Mir kommt an. Wie gesagt, das Minderfeuer. Feuerballisten kann man echt überlegen. Also an sich könnte man, was Einheiten-Balancing angeht, echt die Belagerungsgeräte überarbeiten. Zum einen, dass Belagerungsgeräte mehr aushalten, mehr Pfeilbeschuss. Vor allem Sturmböcke. Und wie gesagt, Feuerballisten, die Feuerrate verringern. Der Schaden ist okay so. Wäre ja lächerlich, wenn Ballisten mit dem Ding, was die abfeuern, nochmal weniger Schaden machen. Aber Feuerrate durchaus ein legitimer Grund, das ein bisschen runterzuschrauben. Weil die scheuern schon echt schnell. Also so Feuerballisten wie sie jetzt sind, gerade gegen Gepanzerte, das ist heftig. Hm, wir haben kleine Scharmützel. Was hier macht seinen ersten Angriff, kann das sein? Oder sind das Patrouillen? Na, das sind Patrouillen. Kalib versucht's, aber kommt grad nicht weit. Ah, der neue Emil mit Waffenkopf hat halt auch schnell seine europäischen Bogenschützen. Auf Bereitschaft. Jetzt mittlerweile haben wir halt echt gut gepinnte KIs. Das kann man wirklich sagen. Sie sind nicht mehr so paranoid, was Abreißen angeht. Ich habe sowohl das Mauern-Abreißen, also das hier Steingebäude mit Türme und Torhäuser abreißen, als auch das Wirtschaftsgebäude abreißen, als auch das Einschläfern deaktiviert, der Wirtschaft. Und, ja, mit Modburgen natürlich nochmal optimierte Wirtschaft. Und dann eben noch verbessertes Angriffsverhalten. Wir haben jetzt eigentlich tatsächlich KIs auf Steroiden. Und noch höherem Maximallimit. Jetzt hat die KI tatsächlich ein Niveau erreicht, dass man sagen kann, okay, auf diese Weise den Kreuzzugmarsch durchzuspielen. Selbst mit Original, selbst mit Original, man muss nicht mal die KI-Burgen modden. Einfach nur mit Original-Burgen, aber so mit diesen neuen Änderungen vom Nere-Patch, die ich jetzt beispielsweise drin hab, ich glaube, das wird echt Kreuzzugmarsch im Hard-Mode. Das wäre tatsächlich etwas, wo auch ich mich richtig anstrengen müsste. Ihr wisst ja, im Kreuzzugmarsch, im Let's Play, ich spiel gern rum. Ich hab immer so schon ein bisschen Bogen rumgebaut und sowas. Es gab selten Situationen, wo ich sag, oh shit, jetzt muss ich wirklich ernst machen, volle Kanne. Ich glaube, mit diesem Patch gäbe es einige Missionen, wo auch mir ziemlich der Arsch aufgrund ausläufen würde. Es gab auch viele, die gefragt haben nach dem Uri-Let's Play, aber ganz ehrlich, ich hab den Kreuzzugmarsch jetzt schon ein zweites Mal Let's Played. Selbst wenn ich's machen würde, würde ich noch ziemlich viel Zeit verstreichen lassen, weil das wäre einfach zu viel, denn jetzt nochmal zu machen, weil das ist kein kleines Projekt. Das sind 80 Missionen. Das zählt sich über ein halbes Jahr so rum. Das ist auch so mein Problem hier, Spellforce zu Uri-Let's Playen, auch wenn ich's gerne machen würde. Weil gerade Order of Darn damals so... Es ist nicht mein Projekt, wo ich am stolzesten drauf bin. Viele fänden's echt gut, aber ich fände's echt grausam, wie ich damals einfach noch keine Erfahrung hatte und den Sound komplett verbockt hab und die Soundqualität vom Spiel einfach so schlecht ist. Gerade bei dem guten Soundtrack. Das tut mir bis heute weh, weil ich das so versaut hab damals. Das war eines meiner ersten Projekte. Und ich war noch sehr neu im Thema hier, was die Kodierung angeht und die Bitraten. Und Sheriff macht eine Burg, die ganz praktisch ist für ihn wirtschaftlich. Das ist sehr super. Philipp hat eine neue Form seiner Maschinoli. Oh, er hat tatsächlich so eine Eckburg. Das ist auch ganz cool. Das hilft sogar noch mehr. Nizar hat Stress, Emi hat Stress. Ich glaub, das wird vielleicht doch wieder aufs Indisch hinauslaufen wie bei den Testmatches. Ich nenn's einfach mal Testmatches, weil das war eine Stunde herumprobieren, den Versuch eines KE-Kampfes zu machen. Ich glaub mal tatsächlich, dass es, auch wenn der Kalif da ist, es vielleicht darauf hinausläuft, dass Nizar und Emi ziemlich aufs Korn genommen werden. Vor allem Philips Ritter sind dann ein sehr wichtiger Fakt. Fakt. Hm. Hm. Ihr seht's. Viele Leute haben ja gesagt, boah, die Lanzenträger sind mit dem Buff zu stark. Ne, sie sind immer noch schwach, klar. Sie sind halt einfach ein bisschen brauchbarer, was Peilbeschüsse angeht, aber sie gehen immer noch down wie die Fliegen, wenn halbwegs Verteidigung da ist. Also, es ist eine leichte Erhöhung, eine leichte Verbesserung, aber es macht sie nicht okay. Keinesfalls. Ah, hab ich schon mal erwähnt, dass der Sheriff mal weniger Patrouillen-Streitkommenkämpfer spamen sollte, so dass man sich mal mehr auf seinen Angriff am Ende kommt. Ich kann's nicht oft genug betonen. Der Typ könnte so abgehen, wenn der einfach nur immer angreifen würde. Ich mein, was macht das, was macht eigentlich das Schwein? Das Schwein schickt ja, glaub ich, auch hier und da Streitkommenkämpfer raus als Patrouillen, aber viel, viel seltener und weniger. Nochmal ganz kurz checken, ob auch jeder am Leben ist, bevor wir da irgendwas, wie gesagt, besser jetzt checken und korrigieren, als es dann nach einer Stunde Aufnahme zu machen, wo wir dann alle so So was gehört eben auch dazu. Das ist sogar noch einer der positiveren Fälle, weil da konnte ich wenigstens meine misslungene Aufnahme, wenn man so nennen will, wenigstens konnte ich damit was anfangen und es euch zeigen, den Spaß. Aber viele unterschätzen tatsächlich, was wirklich dazu gehört, wenn man Let's Plays macht, beziehungsweise allgemein auf YouTube, da gibt's halt oftmals Downphasen. Ich glaube, jeder, der mal großartig YouTube-Videos oder allgemein Videos auf einem bisschen längeren Zeitraum gemacht hat, wird merken, wie übel deprimierend das Gefühl ist, wenn man irgendwas macht auf mehrere Stunden und es geht verloren. Entweder weil die Dateien beschädigt sind oder weil irgendwas abstürzt, man nicht gespeichert hat oder aber, wie gesagt, weil die Aufnahme oder irgendwas schiefgelaufen ist und man das einfach nicht mehr brauchen kann. Wenn man wirklich mehrere Stunden was gemacht hat und man freut sich, da was zu zeigen und das ist alles für die Katze. Das Allerschlimmste ist dann tatsächlich, wenn man diese Aufnahme dann nochmal nachholt und man irgendwie vergessen hat, worüber man geredet hat oder was man überhaupt in der letzten Aufnahme gesagt hat und ob das jetzt ist, was ich bei der Aufnahme davor oder bei der Verlorenen angesprochen habe. Oftmals kommt man da auch durcheinander. Es gibt viele Sachen. Die ganze Sache mit den Videos wird häufig von vielen unterschätzt. Das ist auch einer der Gründe, warum viele Leute auch aufhören übrigens. Ich habe gerade Gold mit Truppen verwechselt, würde gerade sagen, Alter, was geht denn mit dem Kalif ab, was die Truppen angeht? Ne, 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 das ist Gold. Der Vasir natürlich wieder oben mit Truppen, wie immer. Und gerade mit seiner gewünschten Wirtschaft, die auch nicht mehr schlafen gelegt wird, haben wir ordentlich was. Unser schnucklicher Ja, der Vasir ist halt auch hier King einfach, weil sobald seine Wirtschaft läuft, brennt er einfach einen davon. Ja, Kalifere ist langsam Sklavenmengen, die da ein bisschen gefährlich werden könnten, wenn sie nicht gerade vom Bogenschützen gemessert werden. Der Vasiring, äh, der Emir braucht dagegen ein ziemliches Stück. Seine Burg ist größer. Dann kommt noch der positive Angstfaktor hinzu. Was hier hat ein Vorteil, er ist schnell fertig. Und vor allem seine, seine Brotwirtschaft ist halt einfach nur pornös. Kann sein. Ich wollte schon sagen, hat er schon über 1000 Gold? Ne. Oh, Sultan greift an. Und diesmal geht er wahrscheinlich wirklich auf den Kalif, oder? Äh. Ja, ich glaube schon. Aber es brennt mal wieder. Sheriff schickt mal wieder Streitkumpenkämpfer ins blanke Verderben. Ah, der Typ. Der Typ einfach nur. Werden überfallen. Bei den Brottern verstehe ich es ja. Die haben ja tatsächlich richtig effektives Nerppotential. Ist da einen Feuerballisten schießen drauf? Hm. Habe ich schon mal erwähnt, dass Feuerballisten auch ein bisschen OP sind? Was habe ich eigentlich erwähnt? Das arabische Schwertkampf. Ach nee, Moment. Das passt ja gar nicht mehr. Sie machen ja jetzt Schaden an Wellen. Verdammt. Wer greift da an? Wer schreit da? Äh. Wer bist du? Oh, du bist ja was hier, oder? Ja, stimmt. Oh, rauch mal was hier. Sag bloß, ja, er will wieder den Nizar angreifen. Wie ist das? Das ist echt pures Mobbing. Alle wollen sie nur auf das coole Kind in der Schule. Neckelt einfach nur die Prügel nebenbei. Er wird einfach überrannt auf dem Weg zum Topstar. Na, das war's. Ist das der nächste Angriff schon? Oder sind es einfach Patrouillen, die ja gerade rumdödeln? Ja, ich glaube, das wird tatsächlich ähnlich laufen. Es kommt mir nicht so vor, als wäre es gut. Ich meine, der Sultan geht jetzt ein bisschen aktiver auf den Kalif direkt, statt jetzt zum Vasier durchzudödeln. Aber der Rest scheint sehr ähnlich abzulaufen gerade. Obwohl, Vasier schaut gerade mal bei Philipp vorbei und lässt sich hier rasieren. Ah, ja. Philipp hat sich jetzt mal so langsam aufgebaut. Hm. Ja, Sultan und seine non-existente Wirtschaft. Wo hat er überhaupt? Ach, da hat er seinen Steinbruch. Gut, seine zwei Steinbrüche. Geht aber auch nicht so super blöd. Gott. Hat er noch zwei Ochsenjoche? Ne, da ist noch ein dritter. Und da ist noch ein vierter. Okay. Sind trotzdem Kacke platziert. Und da... Da sind noch... Was? Wann kam auf die Idee, da hinten Ochsenjoche zu platzieren? Nicht nur, dass die Kacke weit weg sind. Sie blockieren sogar mögliche Eisenbienen, die der Sheriff hier platzieren könnte. Ja, im Ernst. Das ist tatsächlich so. Der Sheriff hat, glaube ich, wo... Wo hat der Sheriff sein Eisenbienen? Jetzt mal im Ernst. Wo hat der Sheriff sein... Der hat ja gar keine Eisenbienen. Der hat bis jetzt keine gebaut. Heftig. Da fliegt einem glatt die Hose weg. Da muss nicht mal der Ab dabei sein. Oh. Sheriff prügelt mal ein bisschen mit seinen Streitkurves. Gut, das macht er die ganze Zeit, aber... Angreifen würde dir viel besser stehen, Sheriff. Aber im Kalif seine Bogenschütze ein bisschen zu nerven, war ja nicht ganz ohne. Was machst du mit dem eigentlich? Aber wie der elegantem Feuer ausweicht. Und dann noch die Sklaven weggeprügelt hat. Oh ja. Ja. Die werden diesmal aber besser abgefangen. Diesmal rasieren sie sich nicht so schnell und gut durch die Wirtschaft durch, aber... Warum sind da hinten trotzdem nur ein Steinbruch und... Hat er der... Ah, den Steinbruch hat er hier. Eben hier, du wärst da hinten viel besser aufgehoben. Ich habe schon erwähnt, dass es mich einfach irritiert, dass der mich die ganze Zeit so böse anschaut. Philippe. Und ist er, was ich schon am Plus machen? Obwohl, gut, was ihr macht selten Plus, weil er sofort alles in Truppen steckt. Genau wie der Kalif. Emi hat gerne mal Plus gemacht, aber jetzt wo er Bogenschützen richtig ausbilden kann, nutzt er das Geld auch ein bisschen besser. Der einzige, der noch Plus machen könnte, wäre der Abt. Im Übrigen, das muss ich noch hinzufügen, bei den Efrae-KIs wurde jetzt der Abt verändert. Er macht jetzt positiven statt negativen Angstfaktor. Efrae hat ja auf die Kritik gehört und das ist tatsächlich effizienter. Das heißt, er hat dann nicht mehr ganz so viel Geld im Überfluss und nutzt es mehr für Truppenstärke. Hm. Hm. Boah. Was hier hat, was hier hat, was hier hat einfach doppelt so viele Truppen wie der Platz 2. Was hier ist hier gerade am Rasieren? Das ist einfach der, der Vasier-Apparat, wie ich es immer so schön nenne. Gehen wir mal kurz ein bisschen... Okay, ja gut, diese Störberlisten, die erschickt, sind halt auch nicht ohne. Ich hab's ja gesagt, der neue Vasier, jetzt mit allen Updates und gerade noch mit den Efrae-Burgen, wo er noch effizienter wirtschaftet. Allgemein mit gemoddeten Burgen. Er geht ab wie sonst was. Ich glaube, der könnte es echt in einem Duell mit dem Wolf aufnehmen. Oh. Der neue... Der neue Wolf wird aber auch interessant, ganz ehrlich. Weil... Jetzt, wo alle Truppen gleichzeitig angreifen, wird er mit so einer gewaltigen gepanzerten Macht anrücken irgendwann. Das ist nicht ohne. Gleich ist auch bei Richard. Hm. Ich glaub, wir haben noch ein paar interessante Kämpfe vor uns. Übrigens, Vorschläge für den nächsten Kampf gerne in die Kommentare. Als nächsten würde ich vielleicht tatsächlich mal wieder ein Free-for-All machen mit allen acht Original-KIs, was ich schon mal erwähnt hab. Ratteschlange, Schwein-Wolf, Sultan, Saladin, Kalif und Richard. Alle acht Free-for-All platziert wieder gegen jeden. Einziger Grund, warum ich das bis jetzt noch nicht gemacht hab, ist eben, dass gerade mit diesen Wellenangriffen meistens läuft's darauf hinaus, dass hier Saladin, Richard und Wolf übrig bleiben und die sich auf ewig beschlachten und irgendwie keiner down geht. Selbst mit den erhöhten Truppenlimits, weil die Wellen einfach zu schwach sind. Aber so mit den effizienteren Angriffen könnte es interessant werden. Ah, ich glaube, Operation Brennender Emi beginnt wieder. Dies war eine Holzfällehütte. Yay. Vielleicht jetzt kann man bei EA sagen, dies war eure Fanbase. Ergleitet sie da hin, sie fliegt hinfort. Mit jedem Jahr mehr. Gut, das ist es. Die Idee, 2018 war wirklich ein richtig kaputtes Jahr, was Publisher angeht. Ich meine, EA, Blizzard und Bethesda haben allesamt auf irgendeine Art und Weise richtig heftig verkackt. Das war interessant zu beobachten dieses Jahr. Ja gut, EA verkackt schon immer, daran hat man sich gewöhnt, aber dass Bethesda vor allem mit Fallout 76 dermaßen aufs Maul fällt, das ist richtig heftig gewesen. Vor allem wie viel da jetzt schief ging, auch mit dem Leaken der User-Daten und so. Da geht's wieder durch. Als alles ja gerade voll frei ist. Ach, deswegen wollen da alle rein, weil das so schön frei ist. Warum ist eigentlich noch kein Torhaus? Eigentlich müsste hier das Torhaus sein, ich seh's schon. Äh, sag mal, Isa, bist du besch... eine Nachricht von Nazir. Ähm, was? Eine Nachricht von Vasir. Sie fallen wie die Fliegen. Immer hier sich mein... Was? Was ist da eigentlich gerade passiert? Kann mich mal jemand kneifen oder so? Äh... Da hieß man mal ein Stein und ein Bergfried, ja. Was hat denn Nisa da draußen gemacht? Warum war das Torhaus eigentlich nicht gebaut? Was war das Problem, Nisa? Ging einfach raus und hat sich geopfert. Nun, Emir, ich glaub, du hast jetzt ein bisschen Verantwortung auf dir sitzen. Oh, Scherife, Scherife macht Schieße, Schieße, uiuiui, der Turm geht gleich kaputt. Oder auch nicht. Ups, ich nehm alles zurück, er geht kaputt. Schön. Scherife hat sich nützlich gemacht. Jetzt, eben jetzt einfach, du vollidiot, ich pisse auf deinen Grabstein. Wie kannst du dich nur so abmetzeln lassen? Der Port ist draußen. Nee, da einfach mal, Emir, einfach mal sein, ich sage, reportet wegen Feeding. Ich will mir gerade vorstellen, wie der Emir im Chat voll abgeht und in Nisa rumflamed. Hm. Geht vielleicht schneller der Kampf als vermutet. Ja. Da kann ich jetzt nichts machen. Ich kann nichts für Nisa's Dummheit. Das ist jetzt, ich betrachte das auch nicht als Fehler. Der hat das irgendwo und das Tor aus nicht gebaut, obwohl er es bauen könnte. Ich sehe jetzt auch nichts, was ihn behindern würde. Er hat einfach das Tor aus zu spät gebaut und jetzt ist er mit seinem Lot rausgegangen. gegen Doomhide gibt es dann doch kein Heilmittel. Oder zur Bildung vielleicht, aber es gibt ja genug Leute, die sich da vehement weigern. Jetzt ist natürlich der Weg für den Rasierapparat frei. Die E-Mail tut mir irgendwie immer noch leid. Obwohl, auch wenn der Kalif jetzt da ist, ist er immer noch in seiner gemobbt werden Position. Gemobbt werden Position. Die Truppen der Ratte greifen an. Ja genau, buddelt erst mal. Immer noch das allerbeste, sich vor die feindliche Burg zu stellen und erst mal an einem anderen Buggraben rumzubuddeln. Ich denke mir vor, ihr seid an den Träger und kriegt diesen Befehl. ich denke einfach nur, wollt ihr mich verarschen? Dafür gebe ich mein Leben her. Der Sheriff mal wieder. Yay. Hätte ja sogar... Oh, es ist... Oh, der Sheriff kauft an. Sogar eine Balliste kaputt. Und er zündet eine ganze Menge Bruchgräben an. Ja. Kann aber besser werden, Sheriff. Wirklich. Das muss besser werden. Oh gut, der Sheriff schießt hier die ganze Zeit mit seinem Katapult. Das ist ganz okay. Hier sehen wir die gepimpten Schwertkämpfer, die jetzt gute Stück mehr Armbusschüsse aushalten. Immer noch weniger als europäische Schwertkämpfer, muss ja fair bleiben. Und ganz ehrlich, so heftig schwach ist es eigentlich nicht, dass die jetzt am Angstfaktor hat ein minus 25% nochmal drauf. Also... Aber ihr seht, die gehen trotzdem noch drauf. Also ich finde, das ist jetzt gebalanced mit den Schwertkämpfern. Klatsch. Oh, der Kalif hat gerade gut unter Druck gesetzt. Das könnte ganz ordentlich laufen, wenn der Sheriff so weitermacht. Und er hat sogar Reserven. Er könnte jetzt wirklich ausbilden. Wie sieht es eigentlich beim Sultan aus? Hat der mal angegriffen und ich habe es verpasst? Oder schläft der jetzt die ganze Zeit? Fragen über Fragen, ne? Hier hinter der Kuhfarm in Deckung gegangen ist das Katapult. Und währenddessen wird noch ein Kalb direkt vom Katapult geboren. So stelle ich mir eine epische Belagerung vor. Das schreit nach einer Verfilmung. Stell euch mal die Weihnachtskrippe vor. hier Jesusgeburt. Und im Hintergrund schießt die ganze Zeit ein Katapult. Das ist, das ist das Format, das die, das die Leute heute brauchen. Oh, jetzt, jetzt ist er angekommen beim Emir. Aber, kriegt das gelöscht? Das kann sich wieder zurück ausbreiten. Mit Pech breitet sich seit bisschen die Burg auch in aus. Aber, hat er nochmal geschafft. Oh Gott. Der Vasil geht hier echt ab wie ein Schnitzel jetzt mittlerweile. Also, der einzige Grund, warum der Vasil letztes Mal nicht so dominiert hat, ist einfach das ständige, zum einen die Vanillaburg, aber die war gar nicht so schlimm eigentlich. Das größte Problem war das ständige Schlafen gegen. Ihr seht nämlich, wie der abgehen kann. Der Vasil ist jetzt einfach nur noch Porninator. Philipp rettet gerade ein bisschen. Alter, Alter. Ah, vielleicht kriegen das die Bogenschütze sogar noch halbwegs hin, aber spätestens bei den Schwertkämpfern wird es schwierig. Ich könnte es ihm aber zutrauen, sich jetzt seinen eigenen Zugang zu verbrennen. Macht er gerne, der Bursche. Tür aufmachen, hier ist die GEZ. Gott, wir sind das hier, arbeitet die ganze Zeit wie die GEZ und wir sich bloß die 500 Euro im Monatsgebühr abholen. 500 Gold, Entschuldigung. Ja, jetzt ist der Weg tatsächlich verbrannt. Vielleicht überlebt er ihm jetzt sogar noch einen Angriff lang. Passiert sonst noch irgendwas gerade, weil ich so fokussiert bin auf den Angriff? Guter Sheriff. Alter, was macht der mit Ballisten an? Die Schwertkämpfer überleben es wahrscheinlich nicht mehr, aber Ballisten dürfen jetzt hier ziemlich heftig räumen. Ehe mir, es tut mir leid. Egal wie man es dreht und wenn, denn die beiden sind irgendwie immer so im Fokus. Gut, liegt am Vazir. Ich meine, der Anker vom Philipp geht's. Der Kalif macht auch kaum was. Es ist nur der Vazir, der es entscheidet, wenn er angreift. Und er will irgendwie immer darüber. Vielleicht ist es anders, wenn ich ihn runter gesetzt hätte, aber ich lasse hier gleich Aufstellung wie damals. Ich habe bloß das geändert hier mit den unten und links oben. Hm. Sheriff, wie schaut's bei dir aus? Er könnte jetzt eigentlich... Sheriff hat tatsächlich ein langsames Ausbildungstempo, kann das sein? Selbst wenn er das Geld hat. Was kommt mit dazu? Ich glaube, sein Ausbildungstempo von Truppen ist allgemein ein bisschen gering. Zumindest von Angriffstruppen. Aus irgendeinem Grund weigert er sich oftmals einfach. Er ist viel zu lahm im Angreifen. Ach, kommen gleich die nächsten Berittenen. Also der war Vazir ist heftig. Hechtiger, hechtiger, heftiger Bub. Die Schwertkämpfer alle kurz vorm Abnippeln. Gehen wir machen wir jetzt bloß nicht in die Saar. Geh da raus und versuche alles selbst zu regeln. Selbst regelt der Mann. Gut. Wir wollen ja nicht so sein in der heutigen politischen Korrektheit. Also, selbst regelt die Frau. Was? Nie, was? ich hatte da keine Hintergedanken bei. Alter, Michael Jackson, Schwertkämpfer. Und der Kalif ist... Ja, der Kalif ist am Angreifen und Emi ist kurz vorm Draufgehen. Mal gucken, wie lange es noch durchhält. Aber ich glaube, die kriegt da alle noch down. Lila Power. Ziemlich gemein, hier jetzt eigentlich einen Cut zu setzen, aber ich muss tatsächlich mal ganz kurz unterbrechen. Und ich nutze es vielleicht gleich... Gemeiner Cliffhanger, ich weiß, aber ich glaube, ich nutze es vielleicht gleich, um die Pause zu cuten, weil das könnte vielleicht eine gute erste Folge sein. Alles klar, bis später und so. Beziehungsweise bis zur nächsten Folge, je nachdem, ob ich den Schnitt tatsächlich hier setze.